Hallo, ich bin Marcel, ich mache hier noch ein bisschen die Klangkräfte der Part-Ritter. Weiter müssen wir hier den Flitzer-Bock von hier oben nehmen. Es gibt auch noch nichts mehr zu liegen, was ich sehe. Oh, schön, du hast. Ich weiß nicht, dass ich da mal sammle. Oh nein! Oh nein, ich kann noch nie aus Tier bei der Hammer Okay. Geeks has just knocked her back while we need to charge Sheeter. Hier die Anspauten. Hier die Anspauten. Obwohl ich sie nicht haben kann. Hier oben. Das ist hier erwartet. Okay. Ja, das ist gut. Okay. 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 und das noch mal zu kaufen. Schnell aufrüsten noch ein. Abgräten, wie man sieht. Das ist gut. Da haben wir voraus. Da haben wir noch einiges. Dann dauert lang. Giftspolen. Wenn Mr. Partypilz findet, hinterlässt er einen Giftwag. Hat das dann gut. Den haben wir jetzt auch aufgerüstet. Der Pistole hat noch der hier. Die Pistole. Willst du schon gehen? Ich denke es. Ich werde hier irgendwie überkommen. Ich werde hier rein. Ich werde hier rein. Ich habe da nichts gesehen worden. Ich habe da einfach alles gesluckt. Ich habe da noch eine Karriere aufgeschreit. Na, ich mache noch nicht weiter. So, ich werde wieder aufhangen. Ich werde da auch nach unten. Oeh, dann werde ich da noch vergessen. Ich zeige ihm das an. Ich gehe wieder zurück. Dann kann ich es sonst nicht mehr machen. Und freischalten. Ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Ich habe hier eine super Waffe eingesetzt, die wir auch aufleveln können. Nein, ich stehe gleich zur Lunge zurück. Das hier. Ich habe hier eine andere Seite. Ich habe hier eine andere Seite, ich habe hier eine andere Seite. Und jetzt kommen Da bedingen weil sie mich aus dem habe einflossen da Und auch dort sein wenn man die berührt Später neunst zurückkommen raus mit zwei. Ich bin am weitesten hier. Das Gartus-Trümmelfeld-Zurkreis. Dann kann ich hierher gehen. Bedrückt dich irgendwas? Komm schon, raus damit. Ich bin... Ich fühle mich verantwortlich für all das. Möglicherweise liegt es an mir, dass die Dimensionen zerbrechen. Dretched und ich uns verirrt haben. Oh, ja... Tja... Hey, dein Kommunikator läuft bald wieder. Das ist... Nicht schlecht. Ha, stimmt. Okay, das ist ein wenig. Ich muss die Dimensionen da auf sein. Suche im Gastro-Club nach Zürki. Nach Zürki? Wo ist denn Zürki? Also, das ist, äh... Zürki's Gastropop und Arenaplex. Irgendwo im Universum bekommst du bessere Ersatzteile als hier. Ich hoffe, du hast recht. Die Zerstörung des Dimensionators muss eine Art Dimensionskatastrophe bewirkt haben. Wenn ich Ratchet nicht finde. Keine Sorge, Boltz. Ich repariere dich. Versprochen. Wieso muss ich immer über Grob singen, wenn ich von erhabeneren Träume als von primitiver Genuss suche? Was ist mit dem... Ich hab' gerade Achtung vor'n Schlott von dem Piraten geglaubt. Mensch, das bin ich ganz spartig. Kannst du. Es ist nur noch ein? Ich bin doch nicht. Ah, ich bin doch ein bisschen zu tun. Ich bin doch sehr gut. Ich bin doch der Angelegenheit. Ich bin doch ein. Ich bin doch nicht fertig. Ich habe wieder eine Stelle gefunden. Okay, das ist ein Q-Force. Schaden durch den Hals abschneiden ist um 50% weniger. Gesehen auch cool aus. Verstehen. Verstehen. Oh, das ist ein Jahr lang, die wir aussehen. Oh, da ist der Grund eine Stimmung. So, beim Stimmung. Verdammt, David! Da ist heig! Ich bin wieder hier, aber H hat er nicht. Schade. Keine Auswirkungen. Entschuldigung, ob dort nicht eine neue Wacht war. Ah, dort eine neue Wacht! Okay. Ah, wir können uns gerade noch nicht leiten. Schade. Jetzt noch einmal die Fettste da auf der Hebel. Da, dann nimmt man halt da nicht mehr mit da noch. Dann ist auch irgendwie ein bisschen. Ach, schön. Ja. Ich kann noch mehr sammeln, ein bisschen. Ah, das Ding jetzt noch ist dann. Wir werden wegziehen. Und Arenaplex. Irgendwo im Universum bekommst du bessere Ersatzteile als hier. Ich hoffe, du hast recht. Die Zerstörung des Dimensionators muss eine Art Dimensionskatastrophe bewirkt haben. Wieso halt? Wenn es ihm halt gibt. Ich hoffe, es hat ihn genommen. Ja, er hat ihn genommen. Ich schaue, was er bewirkt hat. Kann er sein? Ah, kann er jetzt den Hammer sein kommen? Ich kann ihn verändern. Gut. Der Zoffer war halt nötig. Ich hoffe, du hast recht. Die Zerstörung des Dimensionators muss eine Art Dimension... Verbringst du viel Zeit hier? Ja. Der Laden ist eine Art Zuflucht für den Widerstand. Ich hoffe, der Imperator hat das nicht auch rausgekriegt. Willkommen in Zorkis. Dem neuen, intradimensionalen Gastgruppap und Arenaplex. Ich nehme deinen Mandel und all deine Waffe. Daran sollte ich schon gewöhnt sein. Danke für den Besuch in Zorkis. Wir renzeln mit einem Pfeil. Okay, dann müssen wir in einem Club finden. Wir rennen mit dem Piraten mit den Ersatzteilen finden. Wir rennen mit dem Team. 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 Wow, die Kampfarena. Das Universum scheint leider noch im Standort zu sein. Wir rennen mit dem Team. Wir rennen mit dem Team. Wir rennen mit dem Team. Reden wir mit Zorki? Je eher mein Kommunikator wiederhören... Okay, dann kann es ja auch. Okay. Ciao. ...und Friedensein mit dir, Revitt. Hey Zorki! Hast du unseren geliebten ersten Mod gesehen? Brauch einen Signalverstärker. Sieh mal an... So sieht man sich wieder. Gib mir das Teil! Bist du mir ihr gefolgt? Sehst du dich so verzweifelt nach meiner Zuneigung? Gib mir das teil, Claire. Wieder und wieder sag ich dir, mein Herz ist vergeben. Und doch... Rostipid? Rostich? Mon Dieu, dein Freund ist ganz schön fraisch. Mein Name ist Pierre Lefer. Pirat extra ordinär. Kämpfen wir drum? Zurkis ist eine gewaltfreie Zone. Riegel das draußen. Ich bin mehr Liebhaber als Kämpfer. Aber für dich mache ich gerne eine Ausnahme. Treten wir einem Roboter in den Hintern? Eine sehr fragwürdige Formulierung. Aber warum nicht? Wo melden wir uns zum Kampf an? Nichts, ich fühlte die Arena an. Ok, ich beweis dich und würdige die Beste. Ich bin doch gespannt, ob wir da schon aussen. Nein, ich bin doch nicht. Ich bin doch nicht. Ich bin doch nicht. Ah, Wälder 1, hab's geklaut, ne? Ah, he's eastlinked. I think he can run up. A bit in his feet. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 8, 9, 10. ... ... Ich bin hier drin. Komm schon durch, ey. Und die Lüge haben wir abgeschossen. Was ist das? Was ist das? Öh, ich versier's gar nicht. Ach, versier's nicht. Wir kennen auch. Schlecht die Warst von uns aber auch. Ah, das ist mir gespürzt da. Da habe ich vier mehr abgelassen. Hier kann ich nicht hier auf. Ich füge, ich lege, ich lege, ich lege. Äh, mich schlag, ne? Ne? So, jetzt haben wir in der Reihe auf den Schaft geflossen. Was ist denn das für ein Schlag? Ne? Noch eine Energie. Jetzt haben wir gerade geholfen. Steig! Okay. Raus abgeschlossen. Du hast einen guten Kampf gesehen, wo der Pirat Wein kam. Oh nein! Oh, wie! Sacrébleu! Oh! Ich hab dir das Gefühl verstanden! Ah! Aber keine Sorge! Mein weniger hübsches Datubel kämpft für mich weiter! Bonsoir! Okay! 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 Da, Mensch! Da, Mensch! Das ist schon mal eine Handwerker. Das ist schon mal eine Handwerker. Ich habe noch zwei. Das ist schon ein Wettbewerb. Das war's nicht nur ein Wettbewerb. So, das ist ja nicht. Nein, ich bin auch nur ein Wettbewerb. Das ist nicht schade. Um Kepa 6, 3, 4, 3. Und siegen. Hier sehen wir 3 Darium haben wir bekommen. 5 von. Jawoll, besiegt sie. Aber wie? Ich werde meine Rache bekommen. Endgültig und Dramatisch. Aber ich, nehme das rein. So fassig haben wir gemacht im Krampfarena. Ja. Na? Krassig. Ratchet, kannst du mich hören? Ratchet, kannst du mich hören? Clank, geht's dir gut? Wo steckst du? Mir geht's gut. Und ich bin gerade bei dem Lombax. Hey, ich bin Rivet. Was? Hi. Wow. Das ist... Warte. Okay. Dr. Nefarius ist jetzt der Imperator dieser Dimension? Bitte, was? Nein, 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 nein. Ich habe genug zu tun mit meinem Nefarius. Das ist es ja. Wir müssen ihn und uns hier rausschaffen. Aber... Ohne den Dimensionator... Ich glaube, wir müssen einen neuen bauen. Ich kenne einen Propheten von Savali namens Gary. Er wird wissen, was zu tun ist. Ich bin nur ein paar Sektoren entfernt. Ich schau's mir an. Was können wir tun? Gibt es den Planeten Blizzard Prime in dieser Dimension? Ja. Wieso? Wir können dort das Phasenquarz zum Antrieb des Dimensionators finden. Wenn ich recht habe, können wir das Gerät innerhalb kürzester Zeit nachbauen. Dann sollten wir wohl mal loslegen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ebenso, Ratchet. Pass gut auf dich auf. Wow. Ein anderer Lombax. Los. Los, spawnen wir das Ding. Das war erste Sanne. Ich schaffe bestimmt noch... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gib mir ein Like, falls es gefallen hat. Und lasst ein Abo da an. Tschüss zusammen.